Was geht da, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Halo Infinite. Schön, dass ihr wieder am Start seid, Freunde. Wir machen weiter. Und ja, Freunde, danke auf jeden Fall an der Stelle für die Unterstützung bis hierhin. Ähm, okay. Freunde, ja, wie gesagt, lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da. Vielleicht ist es ja schon eine der letzten Folgen, wahrscheinlich schon. Es fühlt sich auf jeden Fall so krass nach Finale an, aber ich glaube nicht, dass wir das hier durchzaubern. Vielleicht nächsten Part, übernächsten? Würde mich sehr freuen, wenn ihr es weiterhin unterstützen würdet. Gerne auch beim Gewinnspiel mitmachen weiterhin. Folgt mir auch gerne auf Social Media, Twitter, Instagram. Gerne auch auf Twitch. Ja, wir werden erwartet. Das hast du gut festgestellt. Nachdem sie gesagt haben, komm her und kämpfe mit mir. Was, wenn es eine Falle ist? Ich meine, es ist eine Falle, oder? Definitiv eine Falle. Also, manche Sprüche von der... Ich hätte gerne nochmal eine andere Waffe für... Aber egal, scheiße. Ne, okay. Nicht bekannt. Ungewöhnliches Signal voraus. Vielleicht ist er das. Haus der Abrechnung gestimmt. Ich dachte, vielleicht habe ich mich in dir getäuscht, dass du zulässt, dass deine Kohorte stirbt wie... Aber ich hatte leider recht. Das Haus der Abrechnung. Willst treffender Name. Viele deiner Art betragen diese Arena. Keiner! Komm, heraus! Komm! Betrachte mein Werk! Begreife! Den! Triumph! Ich muss ehrlich sagen, ich finde den irgendwie ganz cool, den Typen. Ist das hier eine Trainingsstation? Sieht fast so aus, oder? Es ist kein Zufall, dass die Verbanden so klar siegen konnten. Bewaffne dich, Master Chief. Durchkämme das Schlachtfeld. Alles, was du hier finden wirst, ist ein Überbleibsel ihres Opfers und zeugt von unserer Stärke. Sind hier die klassischen Waffen, oder was? Sieht fast so aus, oder? Beginnt den Kampf! 1... 4... Siehst du, warum es getan wird, was? What? Willst du... ...mich komplett verarschen gerade? Was war das zum Teil? Hat der meine Kiste abgebotdert und deswegen ist alles explodiert? Das war, glaube ich, Nummer 7, ne? Hallo? Ich habe doch auf Wiedergabe gedrückt. Mach das doch auch einfach mal, bitte. Hallo? Was soll die Scheiße? 4, 2, 4, 1, 0, 0, 2, 2, 1, 4. Siehst du, warum es getan wird, Luz? Diese Primitiven, diese Verbanden. Wir alle haben unsere Welt zerschmettert gesehen durch die Werkzeuge der armen Gans, der Glutsväter. Einst waren deine Amtgenossen ihre Rivalen. Vor langer Zeit. Ihr wurdet verschont. Man hat euch vergeben. Uns wurde dieser Luxus nicht zu teilen. Uns, die sie nicht kontrollieren konnten. War die Menschheit wohl der grönende Abschluss ihres letzten Plans. Aber Pläne ändern sich. Wir kehren zurück. Okay. Was? Warum sind nicht alle gestorben? Das hört sich fast so an wie die 8080s. Oder? Wenn die kommen. So ein bisschen. Zumindest triggert es gerade meine Erinnerung daran. Ah, hier sind wenigstens ein paar geile Waffen, ey. Gut. Also hier nur überleben jetzt erstmal, ey. Oder muss ich irgendwie was triggern, was ich nicht gesehen habe. Grundausbildung überleben, okay. Was ist das, was ist das, was ist das schon wieder, was mich da übertrieben getroffen hat? Dass mich das schon fast direkt sofort aus dem Leben scherpert. Ich verstehe es nicht. Was war das? Scheiße, nochmal hier. Oh mein Gott, Alter. Jedes Mal aufs Neue, ne? Boah, ey. Warte schon, ich hätte mich selber umgelegt, ey. Ich bin der Feigling, komm und zehn Mann da rausgelatscht. Weiß Bescheid einfach nur. Ich lässt, du sei, da hinten, ey. Ja, hahaha. Komm doch, du Potsau, du, ey. Ich komme um die Ecke, egal, warum. Überall sind sie, ey. Respekt an die Leute, die das Spiel alleine auf Legendär spielen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock. Also für Let's Play auf jeden Fall nicht. Das wäre einfach zu stressig, ey. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Wie gesagt, Legendär spiele ich eigentlich immer nur im Koop, ey. Und den gibt es ja leider noch nicht. So, Jungs. Den Westerstrahler nehmen wir mal mit. Dein Geschöpf, die falsche Göttin Cortana, zerstörte meine Welt, meine Heimat. Aber sie erstickte nicht das Feuer, das im Herzen der Verbanden brennt. Wir wurden nur stärker. Man kann ihn verstehen, ey. Man kann ihn verstehen. Dass er so Hass schiebt, ey. Das finde ich gut, dass man das verstehen kann. Der Tod verändert einen. Man betrachtet sich selbst und muss eine Wahl treffen. Und wie lautet seine Wahl? Genauso wie meine. Zu kämpfen. Weißt du noch, der Angriff auf Porgenar? Eine Siedlung hielt meinen Truppen stand. 19 Tage lang. Sie kämpften gut. Bis zum Ende. Doch ihr Schicksal war unausweichlich. Nochmal das Ganze? Es ging nie um Zeremonie, sondern um Entscheidungen, Reaktionen, Furcht. Nimm, was du brauchst, Spartan. Jenseits dieser Mauern brauchst ein Sturm auf. Jeder Fehltritt liefert mir Munition, um deinen Kampfgeist zu breiten. Mach dich auf dein Ende gefasst. Hm. Weiß nicht, was ich davon halten soll, ey. Wie viel von euch soll ich eigentlich noch auseinandernehmen, weißt du? Guter Versuch, guter Versuch. Alter, wie viel kommen hier? Alter, Schwede, Junge. Alter, achtet mal auf den Radar. Was ist denn hier los, Mann? Die Scheiße riecht am Dampfen hier gerade. Wo ist er denn? Ah, da. Eine Prüfung erwartet dich. Puh. Kommt, 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 ihr kleinen dreckigen Schweinen. Wo ist er, wo ist er? Was denkst du, wer du bist, Säger? Was denkst du, wer du bist? Nöcherchen, du bist, alle droppen und deutschland fiéis. Was ventt aus? So Da ist noch einer Gut, dass du ausgewichen bist Holy shit Oh nein, ey Oh, 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 bitte, 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 weg, 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 weg Weg, weg, weg Das hat natürlich nicht getroffen, ne? Nein Schild, wo bleibst du? Es ist, was ist hier, was geht hier ab gerade? Jetzt holen sie wirklich nochmal alles raus Also, das muss wirklich Anfang vom Finale sein, mindestens Wie in jedem Videospiel Plötzlich eskaliert die Situation komplett Oh ja, schön, wenn ihr so alle auf einem Flex seid Holy shit, holy shit Was ist hier los, alter Schwede, man? Als wenn die Jäger nicht schon genug werden, ne? Munition alle, jetzt geht's los Sag mal, wird das weniger, wenn das weniger Gegner oder wird das einfach immer mehr? Muni mehr, keine Muni mehr? Jetzt packen sie echt alles aus Das fuckt voll gerade ab, ey, dass die alle Schild haben Das fuckt gerade übelst ab, ey Das fuckt gerade übelst ab, ey Sag mal, geh doch drauf, ey Du Kackfleck, ey Boah, Juni, ich muss mich so hart konzentrieren Ich hab keinen Bock jetzt zu sterben, ey Nicht jetzt, kurz vor dem Ende Wahrscheinlich nur noch die beiden, ey Und dann Das wollte ich gar nicht Schieß noch Ah, Muni, leer Gibt's hier noch irgendwie Kisten? Irgendwie was? Hab ich ihn? Boah, zögert sich der Kampf hier gerade raus, ey Wenn ich wenigstens mal einen jetzt hätte, langsamer Okay, danke Äh, so Bitte nicht sterben Nein, jetzt hab ich irgendwas gewechselt Ist er tot? Oh Oh Endlich, du lernst Sie lernt Muss man, muss man, muss man hier lassen Ich war's nämlich, ja Ja, das war Krass jetzt Diese Welt Ein Kreis Wiederkehrend Auf ewig Ist es ein Symbol des Lebens Oder ein grausamer Scheiß, der Blutsväter Ja, ich war's Oh 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 Okay, das ist Das war's, das ist bestimmt dann irgendwann Speedrun-Taktik oder sowas ... den Angriff auf die Infinity. Der erste Dreadnought kam von der Seite. In dem Chaos danach blieb euch kaum Zeit, die anderen drei zu bemerken. Mit all ihrer Wucht. Weißt du, wie lange es dauerte, euer größtes Schiff zu neutralisieren? Vier Minuten. Nach vier Minuten war die Infinity der menschengrößte Errungenschaft. Bloße Geschichte. Das Ende ist nah, ihr mein Abschiedsgeschenk. Häschen in der Fuhre. Und jetzt, du fehlst mir. Und kannst du sehen? Der Spartan naht und mit ihm das Ende. Und zeigt dir die größte Witte. Das sind vielleicht meine letzten Worte. Kämpft meine Brüder in der Verbannung. Gebt nie auf. Fürchtet nie. Wie es auch ausgeht, wir werden obsiegen. Unter seiner Rüstung ist er nur fleisch, menschlich schwach. Wenn ich falle, müssen zwei meinen Platz einnehmen. Wir stellen uns der Herausforderung, Blut dem Sieg geopfert. Und jetzt, du fehlst mir. Und kannst du singen? Okay, und jetzt, bye bye. Hab dich lieb, Daddy. Und jetzt, du fehlst mir. Okay, und jetzt, bye bye. Was geht denn jetzt? Als wenn die Stimmen irgendwie hier im Raum sind, wirst du? Das ist doch, äh, das ist doch, äh, die Nachricht von dem, von dem Piloten. Aber wo ist es denn jetzt, bin ich blöde? Achso, oh mein Gott. Ich hab mich schon gewundert, was ist das Löchnerding? Ich lauf erstmal weg. Ich lauf erstmal weg. Oh nein. Und hab dich lieb, die Nachricht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du auch mal. Oh nein. Oh nein. Und dann, wirst du sterben. Okay. Und jetzt, bye bye. Haha, wie sich das angehört! Ich glaube ich hab mir die falschen Waffen ausgewählt, hab ich gesagt. Ich hab mir wirklich die falschen Waffen ausgewählt. Das war nicht schlau. Ich sehe dich im Dunkeln. Die anderen Spartens. Erlö ist gestorben, genau wie du. Ich bin ein Waffen ausgewählt. Ich bin ein Waffen ausgewählt. Ich bin ein Waffen ausgewählt. Holy shit, Jungen. Ich bin ein Waffen ausgewählt. Er wollte deinen Freund töten. Ich versprach ein Waffen ausgewählt. Oder den Ehren Tod. Was auch immer geschieht. Eins steht fest. Die Verbannten beherrschen den Ring. Wir sind im Krieg. Eintausend Legionen besetzen diese Welt. Das Auditorium wird seine Geheimnisse lüften. Dein Eingreifen ist nur... ...ein Ärgernis. Flüchtig. Er ist ein Speedrunner. Er ist ein Speedrunner. Er kommen soll. Ich... Hypogravitationsdenken belasten seinen Körper extrem. Ich sagte doch, dass ich ihn nicht töte. Hauen Sie... Wir holen Sie da raus. Nein. Ihr versucht es. Chief, er ist hier. Ihr weiß, dass ich hier bin. Das war nie eine Falle. Es ist ein Messen der Kräfte. Unser Kampf endet hier. Hol ihn da raus. Bin dran. Was geschieht wird zur Legende erzählt von jenen, die euch überleben. Geil, man. Geil, 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 geil. Die Spaten sind tot und du folgst ihnen alt. Oh mein Gott. Ich hatte richtig Schiss, als ich gesehen habe, dass die Kiste auf mich zukommt. Ich dachte, ich lauf nach vorne und lass sie an mir vorbeigehe. Aber... War ja ein langes Vergnügen. Das ist natürlich entspannt, dass du direkt hier weiter machst. Von mir bist du nicht fähig. Was? Schmeckt dir die Klinge? Alter, was geht denn jetzt? Die Maschine ist mit Asherums Schild verbunden. Alle Schaden an Asherum... ... ... ... ... Okay. Einfach nur... Okay. Einfach nur. Einfach nur. Okay. So. Jetzt sag nochmal bitte. Was wird das denn jetzt? Die Maschine ist mit Asherums Schild verbunden. Aller Schaden an Asherum wird auf Echo 2.16 umgeleitet. Energie wird bei einer Reihe von Relais im Raum verteilt. Mal sehen, ob wir... Alles klar. Relais liegt offen. Zerstören Sie es. Innen, außen, innen, außen, außen, innen. Kommen schon! Dein Zögern. Relais zerstört. Und sein Schild auch. Schmeckt. Schmeckt. No. Ich hatte mehr erwartet. Nicht die Knarre, Alter. Beste des Wahnsinns. Der Master Chief ist meine größte Torfähe. Asherum Schild ist wieder aktiv. Relais freilegen. Geschafft. Los! Geil. Der Schild ist weg. Ihre Chance. Wo ist er? Wo ist er? Oh, meine Nase juckt. Oh, schnell kratzen! Was? Holy shit, holy shit, holy shit! Ui, yo, 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 yo! Okay, okay. Das letzte Relais, schalten Sie es aus! Komm schon, wir spielen Ringelpilz mit dem Anfassen, Junge! Geht kaputt! Warum hab ich nachgeladen? Keine Ahnung warum. Ich hab ja noch einen Schuss gehabt. Da drüben jetzt wahrscheinlich. Ich geh schon mal rüber. Das letzte Relais liegt offen. Das ist Ihre Chance. Oh, scheiße! Klasse! Letztes Relais zerstört. Echo 2016 sichert, Chief. Asherum will, dass Sie Ihre Legende unter Beweis stellen? Dann los! Komm schon, streng dich an! Ich pflücke dich aus deiner Rüstung! Nein, ich wollte auf cool machen, ich wollte auf cool machen! Lass die Scheiße sein, lass die Scheiße sein! Oh, wir lehren sich tot! Die Menschheit folgt ihr beide! Gerade die Müllwaffe! Die größte Müllwaffe, warte! Oh, da ist ein Audiolog gewesen, habt ihr gesehen? Ich brauch eine bessere Waffe, Alter. Die ist richtiger Überschmutz. Für die Situation hier, Leute. Aufhalten! Cortana auch nicht! Und du erstreichst dich! Woo! Shit! First Try war das, oder? Jeder, der was anderes schreibt, lügt! 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 Der lügt! Helfen Sie mir mit ihm! Nice, ey, nice! Ich kann... Ich fass es nicht, dass Sie hier sind. Dann sind wir jetzt fertig! SPAATEN! Kämpf mit mir! Das war's. Gar nichts. Endet. Mein Tod wird tausend andere inspirieren. Sag ihnen... Ich starb stolz. Ich verstehe das nicht. Sie zeigten ihm Respekt. Er war ein Schmerz. Ein Monster! Ja. Aber am Ende war er auch nur ein Soldat. Er hoffte, das Richtige zu tun. Hinterfragte alles. Dann... Dann ist es vorbei. Ihr Anführer ist tot, oder? Jede Aktion zieht Unwägbarkeiten nach sich. Was? Was soll das denn heißen? Es wird Konsequenzen geben. So wie immer. Wird's noch schlimmer? Wir müssen los. Die Vorbotin ist im Auditorium, was auch immer sie vorhat. Ist schlimmer. Verstehe. Also gut, ich hab nur eine Frage, bevor wir gehen. Die wäre? Ist hier irgendwo ein Pelican? Oh. Was? Was? Es war eine... Eine Menge los. Ich war beschäftigt. Sind Sie bereit? Gleich wird's ungemütlich. Die erwarten uns. Ich glaube, die erwarten uns alle. Haben Sie das gespürt? Wir können noch rumkehren. Schief. Irgendwas fühlt sich... Es bleibt nicht viel Zeit. Es bleibt nicht viel Zeit. Zu viele Variable. Ich habe eine Konstante. Ich sah deine Zukunft. Deine Zukunft. Das stille Auditorium? Oh nein. Was ist los? Was stimmt nicht? Ich hätte es merken müssen. So. Wurde es früher nicht genannt. Ich war schon mal hier. Hier habe ich sie eingesperrt. Hier ist Cortana gestorben. Wie soll ich sie denn nennen? Fragen Sie Sie. Es entscheiden Sie selbst. Hallo, Master Chief. Ich bin Cortana. Wir sind da! Los! Haben Sie gehört? Wir sind da! Sie müssen los! Jetzt! Jetzt! Tja! Also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt wahrscheinlich wirklich jetzt langsam das Finale ist. Soll ich warten? Negativ. Rückzug. Wir melden uns. Alles klar. Ich warte auf den Anruf. Bleiben Sie an einem Stück. Was sagst du so einfach, Junge? Guck dir die Scheiße mal an hier. Heiliger Bimbam. Aber... Wegen mache ich noch platt hier. Oder auch nicht. So. Alter, die Musik geht richtig ab. So, Freunde. Hier ist Schluss. Hier ist Schluss. Folge ist auf jeden Fall lang genug. War vollgestopft mit geilem Scheiß. Aber, äh, wir hören uns beim nächsten Mal seit am Start. Wahrscheinlich Finale. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Ich hoffe doch. So, also. Haut rein. Tschüss. Lass gerne ein bisschen Liebe da. Und, äh, ja. Haut rein.